Stell dir immer wieder die Fragen, wo stehe ich aktuell mit meinem Wissen? Benötige ich mehr Fachwissen, mehr Erfahrungswissen? Wo will ich mit meinem Wissen in einem Jahr stehen? Und wie kann ich Wissen für mich bekommen? Dann stell dir bitte noch eine Frage. Kommen wir in revolutionäre Zeiten? Und wenn du sagst, ja, ich glaube, wir kommen in revolutionäre Zeiten, stell dir als nächstes die Frage, ist meine Erneuerungsquote so revolutionär, wie es die revolutionären Zeiten sein werden? Und wenn du sagst, naja, da bin ich mir nicht sicher, komm ultimativ und wahnsinnig hart und konkret bitte ins Handeln. Das ist entscheidend.